Hallihallo Leute! Willkommen zurück zu Zelda Link to the Past. Und wir fangen natürlich von unserem Speicherort wieder neu an. Mir fällt gerade auf, wir haben keine Fee mehr. Allerdings sollten wir hier auf dem Berge auch eine kriegen und zwar hier in der Lichtbett. Hier aus diesem Felsen kommt normalerweise immer einer. Da bist du nicht Willi, so brauche ich Gewalt! Du Stück Weib, du! Und die nächste... Na, die will... Die will gar nicht. Kein Problem. Haben wir genug. Und noch eine Fee. Und nochmal... Das ganze machen wir noch zweimal... Nein, dreimal. Also jetzt noch zweimal. Weil wir uns ja wieder auffallen müssen. So, sehr schön. Gut. Dann können wir uns jetzt auf in die Schattenwelt machen. So... Wussten wir mal wie gewohnt unseren Bogen aus. Okay. Warum das jetzt auch immer durchgegangen ist. Keine Ahnung, aber finde ich es voll zu cool. Na, verwusste ich doch. Und... Hier ist das nächste Dungeon. Latex! Wir werden dieOOOOYici an Gagonon's Tor mit feiten Kräften brechen. Susanne, öffne DICH! Hohohohoho Goldene Regel, wenn der Tür mit dem Schlüssel gebraucht wird, hol den Schlüssel Ach, ich... erinnere mich wieder ein wenig an den Tempel Hier dran ziehen Ja, dass es ne Falle war, wie so oft Holy Fuckness Hier ist ein Schalter bestimmt Oder nix Na klar Subursia... Sumaiang erstarb Heißt der andere Subursia? Nö, da ist ein Blumen Hä? Das verstehe ich euch jetzt gar nicht Hier kommt doch bestimmt wieder... War ja klar He, weh, weh, weh Dann gut, dann renn ich hin Wow, und noch ne Hand Seems fair Alter, ist das denn doch n Raum Oh ja, ist okay Okay Ja, kann die Hand nochmal runterkommen? Also dann wenn ich meinen Schlag ready hab oder so Ja, jetzt ist mal langsam gut Und... Natürlich So, jetzt kommt nochmal Hand Komm du Hand Okay Okay, wir lassen jetzt vollkommen aus Wollen wir nochmal Hm... Och nein Oh yeah Ja I'm so destroying So shit Ja Ja Okay, so Da da Bouh Da 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 Ja Okay, okay, okay Also irgendwie macht ihr das immer Immer wenn ich mein Schwert auflabe, dann machst du'n wieder... vollkommen aus. Und immer wenn ich... wenn ich schlage. Immer wenn ich schlage. Wann immer? Richtig, wenn ich schlage! Getfgad... Das war ja clever. Ja gut, dann hab ich mal kaum mehr gemacht. Um da wieder rauszukommen. Und... so, dich. Und... dich. Und hier runter, hier runter, hier runter. Und dich. Und hier rein. Oh, das war knapp. Holy fuckness. Das war knapp. Hm... ich glaub... Hm... So... Okay, die geht natürlich mal wieder nicht hin. Sehr gut. Das ist immer so'n knappes Spiel hier. Ein Spiel mit... mit Bomben bin ich das. Fuck off! 10 20 Kompass Und ein Rubin Komm ich da oben wieder raus? Nein, nicht ansatzweise Allerdings nicht Okay, ich wollte mich da grad hochinterhackieren Das wäre allerdings nicht so clever gewesen Wow Das ist Huse Pimp Huse Pimp Wow Und durch Okay, ich weiß wie ich das mache Das mache ich alles Okay, das mache ich alles So Und so Das war doch gut gemacht Hm, war das nicht gut gemacht, das war gut gemacht Gut, Klaus, gut Danke, danke, danke Ich habe kein Problem Keine 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 Problem dich da hinzukicken So Wow Und jetzt komme ich da oben hin Hm Oh je Das muss ich schnell machen Na Komm Das muss ich Halt es für immer Ich weiß natürlich nicht, ob es etwas bringt, wenn ich beide anmache Oh Oh je Oh je Oh je Ich gehe erstmal nach links Pfff Was ist das? Kann ich den schieben? Nein, kann ich nicht Oh je Wie Werden ich kann da nur oben raus Und jetzt wieder hier oben Mal klar Captain Obvious Was Dann ist die Frage Ich glaube ich Hm Ich gehe mal gucken Wo ich hier noch lang kann Gehe ich erstmal hier oben lang Okay, hier ist Ein Item, das ich gerne hätte Nein, 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 nein Das wollte ich nicht Gut, gehe ich erstmal links Oh Oh, ein Schlüssel Ah War ja gar nicht so schlecht Nein Jetzt habe ich den Klopf gerückt Den ich nicht wollte Hm Oh Gott Hm 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 Ah Oh 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 Oh